servus meine lieben freunde und wie ihr schon sieht hat war meine mutter einkaufen hier schön nein ich tue jetzt nicht wie aber red oder wie ben peter müller ja das stimmt und hier meine schwester schön hier schön sachen kommen kurz runter kommen kurz runter ich will denen das stimme anzeigen hier kommt ein bisschen runter und ja ja und ich würde sagen ja ich tue doch gerade und der ich und meine schwester machen gleich noch mal ein paar musikalis und ja wie heißt auch musikalie ja keine ahnung typisch und der hier schön mein new yorker pullover und ja ich will einfach mal sagen das war mein kurzer einkaufsvlog also sie kam auch erst vor ja hier guck mal schön schwarz habe ich auch noch mal kannst du mal kurz hier auch noch mal schön ja und ich würde mal sagen das war mein einkaufsvlog und ich sehe aus wie so eine pferdefresse weil andauernd hängen die pferdefresse rauf ja ich würde mal sagen leute das war's für youtube video und wenn es euch freut also ein ja ich weiß ich mache vorderplacement für nike aber ich mache eigentlich vorderplacement für nike jeder kennt nike und ja mir guckt eh kein schwein zu stimmt sohle stimmt's milane jonas stimmt ihr anderen die es gerade sehen also nur so ich kann ja gerade ein bisschen alleine reden weil nämlich immer nur jeder aus meiner klasse guckt mir gerade zu also nicht gerade sondern wenn ich ja und wenn dieses du hast spaß oder ja also wenn es euch freut freunde habe ich überhaupt freunde jetzt habe ich ein freunde also kann man kurz noch mal her wie hast dein profil wird gemacht also auf jeden fall er merkt euch diese fresse da könnt ihr auch auf music handy also der ist dann irgendwas irgendwas ich weiß nicht was das handelt ich weiß nicht was das handelt ich bin gerade fresse das ist dies also sie heißt chan 187 also sie heißt adlog 187 wir sehen das gerade ein bisschen anders auf jeden fall ja merkt euch dieses gesicht das alles ich habe 53 also dieses video hier ne lasst meine schwester herzen da und ein like ach da ist mir ein käppchen ja also ich würde mich freuen wenn ihr mir ein abo ein like da lässt meine herzen ein ein like ihr folgen und paar herzen also schau mal noch vor